Ihr Berufswunsch als Kind? Kindergärtner. Dann wurde es die Politik. Warum? Weil ich sehr früh schon angefangen habe in der Jugendarbeit, früh im Sommerlager, im Sauerland sogar, in Kontakt gekommen bin mit Politik und dann einfach dabei geblieben bin. Und dann konnte ich aus meinem Hobby Beruf machen. Ein großes Glück. Welche Fehler entschuldigen Sie am ehesten? Irgendwie machen wir alle Fehler. Das gehört zum Menschsein dazu. Und ich bin eigentlich auch großzügig im Nachsehen bei Fehlern. Entscheidend ist, nach vorne zu schauen. Dreimal lange schlafen, dreimal gut frühstücken, vielleicht einen Opernabend dazwischen. Was lesen Sie gerade? Ich lese immer viele Bücher parallel. Eines ist die spannende Biografie der Witwe Glicko. Was schauen Sie gerne im Fernsehen? Ich schaue gerne Inspektor Barneby. Da kann ich so schön entschleunigen. Keines, das in einen Satz passt. Für mich ist wichtig, Familie, Heimat, dass ich Freunde um mich herum habe, meinen Mann, weil da kann ich einfach gelassen zur Ruhe kommen. Die beste Entscheidung in Ihrem Leben? Meinen Mann zu heiraten. Als CDU-Vorsitzender werde ich? Alles dafür tun, dass wir eine Partei sind, die mit Zuversicht, die mit Lust diskutiert, debattiert, zu klugen Entscheidungen kommt und dann eben auch verlässlich zu diesen Entscheidungen steht. Es braucht wieder Profil, Unterscheidbarkeit und dann können wir auch die nächsten 10, 20 Jahre erfolgreich gestalten. Als CDU-Vorsitzender